Gartentipps für April aus dem illustrierten Gartenbuch von 1907. Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Ich bin Kerstin, Gartenmonis Tochter. Ich möchte mit euch heute das April-Kapitel aus diesem schönen alten Buch zusammen mit euch anschauen. Es ist ein etwas längeres Kapitel, weil ja der April der Haupt-, Sä- und Pflanzmonat im Gartenjahr ist. Deswegen entsprechend auch hier viele Infos über diesen Monat. Ich würde sagen, wir starten sofort. Wenn ihr dieses Buch und die anderen Kapitel noch nicht kennt, ich verlinke das alles unten in der Videobeschreibung. Die Kapitel in diesem Buch sind ja unterteilt in den Gemüsegarten, den Obstgarten, den Blumengarten und den Zimmergarten. Und wir starten jetzt wieder mit dem Gemüsegarten. Die Natur kümmert sich nicht um die Zeiteinteilung der Menschen. Sie geht ihren Weg allein und wenn wir nicht aufpassen, dann ist es zu spät für diese oder jene Arbeit. Im Februar und März ist oft noch das abscheuliche Wetter. Auch der April ist sehr launisch und unbeständig. Aber deswegen mit den Gartenarbeiten noch zu zögern, wäre es sehr unklug und unvorteilhaft. Ringsum erwacht neues Leben. Knospen schwellen, zarte Triebe entspriesen dem Boden. Blütenkelche öffnen sich vor den kräftigen, wärmenden Sonnenstrahlen. Winterschläfer wachen auf und befiederte Wanderer kehren in die Heimat zurück. Darum frisch auf zur Arbeit im Garten, Feld und Flur. Der April ist und bleibt trotz seinem neckenden Wetter der eigentliche Sä- und Pflanzmonat. Jetzt gilt es nicht mehr zu säumen. Der Garten muss vollständig aufgeräumt, sauber geordnet und die Beete gegraben und wo nötig gedüngt sein. Gesät werden Erbsen als Hauptsaat und zwar frühe, mittelfrühe und späte. Sie überholen oft, weil jetzt mehr Wärme im Boden ist, die früher gesäten. Ferner sähe man Zwiebeln, Salat, Radieschen und Sommerrettiche. Alle Wurzelgemüse, Puffbohnen, Spinat, alle Suppen und Gewürzkräuter und zwar sämtliche an Ort und Stelle, wo sie bleiben sollen. Zum Verpflanzen, das heißt zum Umsetzlinge zu erhalten, sähe man nun ins freie Land, Salat, Bindesalat, also Sommerindifje und alle späten Kohl- und Krautsorten. Was im Februar und März nicht gesät und gepflanzt werden konnte, muss unbedingt jetzt geschehen. Gegen Ende April können am geschützten Stellen und bei warmen Wetter Buschbohnen gelegt werden. Kennt ihr die Bezeichnung Bindesalat für den Sommerindifjensalat? Das hat damit zu tun, dass man bei dem Indifjensalat ja gerne die äußeren Blätter irgendwann zusammenbindet, dass der Kopf, also der Innenbereich von diesem Salat möglichst hell bleibt, hell und zart. Deswegen bindet man den nach oben. Kennt ihr diese Technik noch? Also daher kommt auf jeden Fall diese Bezeichnung. Ich weiß noch, meine Oma hat das gemacht. Das hat die Moni auch schon mal in einem Video erzählt, wo sie die verschiedenen Salate, die wir jetzt letzten Herbst und Winter noch im Garten gehabt haben, vorgestellt hat. Da hat sie es mal erwähnt. Also von daher weiß ich das auch noch. Machen wir mal weiter. Mitte April werden Kürbis und Gurken, seltener Landmelonen, in Töpfe gesät, um sie nach Mitte Mai auspflanzen zu können. Gepflanzt werden alle durchwinterte und in Mistbeete erzogene Kohlarten, Sommersalate sowie noch wenig Frühsalat aus dem Mistbeete, im Topf angezogener neuseeländischer Spinat, der erste Sellerie und Lauch, von beiden jedoch wenig. Und wo Salatrüben schon im Sommer beliebt sind, auch diese. Für noch oft kommende Schneefälle und Fröste halte man Töpfe oder Gläser bereit, um diese über die zarten Pflanzen zu decken. Auch Zeitungspapier, Pappschachteln, alte Tücher und so weiter können oft mit Vorteil Schutz gegen raue Winde, Reif und so weiter gewähren. Also immer noch Abdeckungsmaterial bereithalten, weil das Wetter natürlich immer noch im April wechselhaft und sehr, sehr kalt sein kann. Sind Bohnen oder Gurken und so weiter einmal nur wenig vom Frost versenkt worden, so sind sie verloren. Sie kränkeln und können nicht mehr voran. Von Stangenbohnen kann man Ende April oft mit Erfolg weiße, rote und zweifarbene Feuerbohnen, arabische Bohnen, und die russische weiße Riesenstangenbohnen legen, da diese Sorten bei der rauen Witterung am meisten trotzen. Kennt ihr diese Sorten? Die russische weiße Riesenstangenbohnen sagt mir jetzt so nichts. Vielleicht habe ich sie schon mal gesehen. Möglich. Aber würde mich jetzt mal interessieren, ob ihr diese Sorten kennt, die hier genannt worden sind und ob ihr die auch anbaut, weil sie ja wohl, so wie der Autor hier schreibt, der rauen Witterung am meisten trotzen können. Klingt natürlich sehr interessant. Hat man im März noch keine Frühkartoffeln legen können, so kann man das früh im April tun. Man nehme dazu vorgekeimte ganze Knollen. Wie man Kartoffeln vorkeimt, hat Moni auch schon in einem Video beschrieben und gezeigt. Das Video verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Sollte Spargel und Meerrettich noch nicht gepflanzt sein, so kann es jetzt auch noch geschehen. Gegen Ende des Monats gibt es schon manche Gemüse zu behacken und zu häufeln. Auch nimmt das damit verbundene Jäten viel Zeit in Anspruch. Um dieselbe Zeit gibt es zuweilen schon leer gewordene Beete, wo Radieschen, Kerbelrüben, Spinat, alte Petersilie, Kerbel usw. standen, um zu graben und neu zu besetzen oder Zwischenpflanzungen zu machen. Den in den Mistbeeten befindlichen Gewächsen ist viel Luft zuzuführen. Bei gutem Wetter sind die Fenster abzunehmen und nur das nachts über aufzulegen. Auch sind dieselben Unkraut freizuhalten. Um später leere Beete noch mit Gemüse für den Winterbedarf bepflanzen zu können, muss nun Ende April nochmals eine Aussaat von Krautwürsing, Kohl, Kohlrabi usw. gemacht werden, damit noch im Juni genügend Setzlinge vorhanden sind. Dann kommen wir zum Obstgarten. Junge Hochstämme, Pyramiden, Busch- und Spalierbäumchen können noch verpflanzt werden, sind aber tüchtig zu begießen. Aprikosen und Pfirsichspaliere müssen durch Matten, Strohdecken oder Tücher gegen Nachtfröste und Mittagssonne geschützt werden. Wenn man am Abend nach dem Thermometer befürchten muss, dass über Nacht Frost eintrete und die Blüten der Frühkirschen, Pfirsiche, Aprikosen, Marillen zerstöre, so hilft oft folgendes Mittel. Man nehme einige Hände voll feinen Streusand, Staub oder Asche und werfe sie auf die Blüten. Und der Blütenstaub wird so geschützt vor dem Erfrieren bewahrt. Wenn auch vielleicht nicht alle, so kommen doch die meisten Blüten glücklich davon. Diesen Tipp habe ich jetzt wirklich noch nie gehört. Wie geht es euch? Kennt ihr diesen Tipp? Also ich finde es sehr interessant und scheint ja auch sehr effektiv zu sein und dabei ja eigentlich auch recht einfach. Also das könnte man sich mal merken. Wir haben es jetzt bis jetzt so gemacht, zum Beispiel bei unserer kleinen Charikose, da haben wir halt einfach ein Vlies rumgewickelt. Wie macht ihr das? Wie schützt ihr eure Bäumchen, die frostempfindlich natürlich noch sind, aber halt schon ausgetrieben? Nehmt ihr da auch Vlies oder deckt sie mit irgendwas anderem ab? Oder kennt ihr vielleicht sogar diese Methode und wendet sie noch an? Schreibt mir das doch bitte gerne in die Kommentare. Blühende Bäume müssen bei Trockenheit begossen und flüssig mit verdünnter Jauche gedüngt werden. Die Krankenstellen der vom Brand und Krebs befallenen Bäume sind auszuschneiden und die Wunden mit Teer oder Baumwachs zu verschmieren. Als wahrscheinliche Ursache des echten Baumkrebses sind mechanische Verletzungen und Frostrisse zu betrachten. Als Mittel gegen die Krankheit wird außerörtlicher Behandlung, wie soeben beschrieben, durch tiefes Ausschneiden der Krebsgeschwülste, besonders die Auswahl Frosthartersorten, sorgfältige Drainage, also Wasserableitung und gleichmäßige, also nicht übermäßige Düngung empfohlen. Krebsflüchtige Obstsorten bringen ihre Disposition, also Veranlagung zu der Krankheit, vielfach auch auf neuen Unterlagen zum Ausbruch. Eine Art Baumkrebs, Krebsgallen, wird durch die Blutlaus Schizoneura lanigera veranlasst. Die Blattlaus-ähnlichen rötlichen, mit weißer Wolle bedeckten Tiere besetzen gruppenweise die Zweige und führen ihren Saugrüssel durch die Rinde junger Zweige bis in die Kamprium-Schicht ein. Durch die abnorme Tätigkeit der letzteren erhalten die Zweige beulenförmige Anschwellungen, die weiter wachsen, sich schließlich zerklüften und in Krebsgeschwüre übergehen. An den Rändern derselben bilden sich oft neue Geschwülste. Da die Blutläuse in vertieften Stellen der Wunden und in der Erde überwintern, außerdem im Herbst von den geflügelten Weibchen Eier gelegt werden, so wird der kranke Baum im Frühjahr von Neuem angegriffen. Als Gegenmittel empfiehlt sich daher sorgfältige Zerstörung der ersten Ansiedlung von Blutläusen, ferner das Bestreichen der besetzten Stellen mit Petroleum, Erdöl, genaue Untersuchung der jungen Bäume vor dem Einpflanzen, sowie Teeringe gegen die in der Erde überwinternden Tierchen, die jetzt erwachen und die Bäume besetzen. Teeringe, da ist wahrscheinlich auch der Leimring mit gemeint, oder was meint ihr Teering? Der Harzfluss der Steinobstbäume ist durch Umschlagen nasser Tücher, um die befallenen Stellen und durch Röpfen zu heilen. Letztere Behandlung hat jetzt zu geschehen. Sie besteht darin, dass man mit dem Messer die Rinde des Stammes leicht aufritzt, ohne die inneren Bastschichten oder gar das Holz zu verletzen. Jeder Baum erhält drei bis vier solcher Längsschnitte. Von den Fruchtsträuchern müssen Anfang April die bewurzelten Ableger abgetrennt und gepflanzt werden. Durch Anhäufeln von Erde an die alten Stöcke und Niederhacken der Zweige derselben, macht man neue Ableger. In der Baumschule wird veredelt zuletzt nur noch unter die Rinde gepfropft. Jetzt müssen alle Pflanzungen sowie das Zurückschneiden und Anbinden beendet sein. Man halte die vogelmörderischen Katzen von Obstgärten fern und hege und pflege, schütze und bewahre die nützlichen Singvogel und ihre Brut. Der April beansprucht die größte Aufmerksamkeit und Schaffenskraft des Blumenfreundes und des Gärtners. Was man im Februar und März vorgeschafft hat, muss nun nachgesehen geprüft, geordnet und vervollständigt werden. Alle Aussaaten der harten Sommergewächse, welche noch nicht ins Freie gemacht worden sind, müssen nun vorgenommen werden. Die feineren Sommerblumen sät man ins Mistbeet oder in Töpfe und Kisten, bis man sie zum Aufgehen der Saat ins Zimmer stellt und nach dem Erscheinen der Pflanzen ins Freie trägt, damit die Setzlinge kräftig und stämmig werden. Zinnien, Balsaminen und Tagetes, Samtblumen, können erst im Mai gesät werden. Für alle übrigen Sommerblumen ist es nun Zeit. Die bereits bepflanzten oder gesäten Blumenbeete müssen von Unkraut gereinigt werden und zu dick aufgetragene Saaten verzogen und gelichtet werden. Man legt noch die Zwiebeln und Knollen von Begonien, Gladiolen, Sauerklee, Dahlien, Ranunkeln und so weiter auf. Beete können immer noch gepflanzt werden, Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht, Marienblümchen, Glockenblumen und so weiter. Alle überwinterten oder durch Umhüllungen geschützten Freilandstauen sind freizumachen, zu putzen, zu beschneiden und zu behacken. Besonders gilt dies von den Rosen, Schlingpflanzen, Reben und so weiter. In Kästen, Frühbeeten und so weiter ausgesäte Pflanzen sind durch Fensterabnehmen bei gutem Wetter abzuhärten. Das Pikieren der Pflänzchen darf nicht vergessen werden, wenn man schöne Blumenpflanzen erzielen will. Ende April können in günstigen Lagen schon Flammenblumen, Astern und andere an den Standort gepflanzt werden. Zum Pflanzen von Nadelhölzern ist jetzt günstige Zeit. Schließlich kann man noch Buchs verteilt, verpflanzt und beschnitten werden. Ist der April noch so gut, so schneit er den Bauer auf den Hut. Es können noch recht empfindliche kalte Tage kommen. Daher müssen auch für den Blumengarten noch Schutzdecken, Tannenreißer und Vergleiche und dergleichen Material vorhanden sein. In manchen Tagen heißt es, heute ist doch abscheuliches Aprilwetter. Bald regnet es, bald schneit es, bald ist der schönste Sonnenschein. Benutzen wir alle schönen Tage zur Verschönerung unseres Blumengartens. Bald kommt der schöne Monat Mai und wenn der seinen Einzug hält, muss alles sauber geordnet, besetzt und vollendet sein. Schon jetzt gibt es viele Blumen im Freien. Es blühen Hyazinthen, Tulpen, Krokus und andere Blumenzwiebeln, ferner Stiefmütterchen, Priemeln, Frühlingsenzian und so weiter. Auch einige Sträucher gelangen zur Blüte und machen den Garten zu einem angenehmen Aufenthalt. Der Zimmergarten Alle Topfpflanzen kommen nun aus den Überwinterungsräumen. Die meisten werden umgepflanzt und erhalten frische Erde. Harte Pflanzen wie die Märzschung genannten und andere werden in das Freie gestellt, in Hausgängen, in Vorhallen, auf Treppen und Balkonen, auf Ecken am Hause, in Nischen und so weiter. Fuchsien, Belargonien, Petunien, Topfrosen und so weiter sollen an milden Tagen an die Luft kommen, sonst bilden sich lange, spindelige Triebe und die Blüten erscheinen nur spärlich oder gar nicht. Man beobachte aber jeden Abend Luft und Himmel. Wehen raue Winde, so wird die Nacht voraussichtlich hell und kalt. So müssen die Pflanzen ins schützende Haus zurückgebracht werden. Die nicht ganz abgehärteten, ja im warmen Zimmer verzerrten Pflanzen würden sonst sicher krank werden und zugrunde gehen. Wie manchen unvorsichtigen Blumenfreund ist es nicht schon ergangen, wie es in diesem Liede heißt. Ich hatte mich drei Wochen lang gesehnet nach der Blütenpracht und sie, der Knospenhülle, sprang in der Nacht. Ich hatte mich drei Tage kaum ergötzt an der Blütenpracht, da schwann sie wieder wie ein Traum in der Nacht. Wer ein als Fenstergewächshaus eingerichtetes Doppelfenster besitzt, erspart sich viel Mühe und viel Verdruss, denn er kann seine Blumen in demselben unberührt stehen lassen. Sie erhalten Luft und Licht von außen genügend und stehen nicht so warm. Ein solches Fensterglashäuschen kann im April zur Freude des Besitzers und der vorbeigehenden Reizen geschmückt sein. Es blühen noch Hyazinthen, Cala, Kakteen und andere Lieblinge. Chamäleien und Azaleen blühen in voller Pracht, müssen aber kühl stehen, sonst dauert diese nicht lange. Setzlinge von Fuchsien, Geranien und englischen Pelagonien und anderen mehr wachsen jetzt sehr leicht und es blühen die zu Anfang des Monats gesetzten noch im Sommer. Man füllt einen nicht zu hohen Blumentopf ein Drittel hoch mit Steinchen oder Holzkohlenbröckelchen, die anderen zwei Drittel mit guter sandiger Erde und steckt je nach Größe des Topfes drei bis zehn Stecklinge in der Nähe des Topfrandes herum. Die Luft, welche durch die porösen Topfwände eindringt, befördert die Wurzelbildung. Langsam wurzelnde und zartblättrige Gewächse, die zwar Wasser verdunsten, aber wenig aufnehmen, werden mit einer Glasklocke oder sonst einem Glas bedeckt und häufig überspritzt, um die Verdunstung einzuschränken und den Staub und die trockene Zimmerluft abzuhalten. Auch werden die Stecklingstöpfe nie den direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt, sondern bei hellem Standort, welcher die Tätigkeit der Blätter fördert, leicht beschattet. Also hier ist beschrieben, wie man Fuchsien und Geranien und so weiter vermehren kann über Stecklinge. Da hat die Moni auch schon Videos gemacht, die verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommt noch ein Tipp, wie man die Setzlinge schneidet, worauf man hier achten sollte. Das Schneiden der Stecklinge geschieht stets unter einem Blattansatz. Dort liegen die Gefäßbündel, die Saftleiter der Pflanzen, reichlicher und es findet daher schnellere Wurzelbildung statt. Das unterste Blatt des Stecklings wird abgeschnitten, die übrigen Blätter aber an demselben gelassen. Etwaige Blütenknospen sind auszubrechen. Wenn man einen jungen Trieb dicht am Stängel, von dem er ausgeht, abschneiden kann, so ist dies sehr vorteilhaft, da ein solcher Steckling, an dem noch klein wenig älteres Holz ist, sicher wächst. Will man Nelken durch Stecklinge vermehren, so muss der Schnitt durch einen Knoten geführt werden. Die Schnittfläche des Stecklings wird gespalten und ein kleines Hölzchen oder wie es bei Landleuten üblich ist, ein Gerstenkorn dazwischen gesteckt. Olliander- und Gummibaumzweige werden auch hier und da in mit Wasser gefüllte Medizinfläschchen gestellt, damit sie sich darin verwurzeln. Nach der Bewurzelung werden die Fläschchen einfach zerschlagen und die Stecklinge vorsichtig in Töpfe mit guter Mistbeeterde gesetzt. Ein erfahrener alter Gärtner, dessen Lieblingsarbeit die Aufzucht solcher Pflanzen bildete, steckte alle seine vielen Stecklinge, besonders von Oleandersorten, in das leichte schlammige Uferwasser eines naheliegenden kleinen Flusses an wenig besuchten Stellen und hatte überraschend schnelle Erfolge. Die Blätter der Blattpflanzen wie Palmen, Farnkräuter, Fikus und so weiter, sowie der Schling- und Klettergewächse, Efeuwachsblumen und so weiter, müssen öfters mittels eines weichen Schwämmchens mit warmen Wasser von Stubenstaub gereinigt werden. Knospentragende und blühende Topfpflanzen bekommen hier und da einen leichten Düngguss. Jeder, der Zimmerpflanzen mit Aufmerksamkeit und Liebe pflegt, merkt bald, was seinen Lieblingen frommt und findet auch die nötige Zeit dazu, es ihnen angedeihen zu lassen. Man trifft oft bei einfachen Landleuten wahre Prachtexemplare von Zimmerpflanzen, sogenannte Schaupflanzen, auf welche der Erzieher mit Recht stolz ist und die er um keinen Preis hergeben würde. Habt ihr auch so bestimmte Pflanzen bei euch daheim, die ihr vielleicht selber gezogen habt oder einfach schon so lange unter euren Fittichen, dass ihr da so stolz drauf seid und auch die wirklich niemals hergeben würdet? Was ist das für eine Pflanze? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch die Reise in die Vergangenheit wieder Spaß gemacht hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr euch an bestimmte Sachen erinnert fühlt. Vielleicht haben eure Eltern oder Großeltern bestimmte Sachen, die hier beschrieben worden sind, so gemacht, wie sie hier beschrieben worden sind, dass ihr vielleicht gar nicht mehr selber so macht, aber eben noch in Erinnerung habt. Abonniert den Gartenmoni-Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr das nächste Video nicht verpasst und schaut mal bei uns im Shop vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Kerstin. Tschüss.